und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr freundesgepflegten klember steinbaus heute mit einem call of duty set von mega aus der collector construction set serie und zwar nuketown 689 steine für 12 plus geeignet irgendwie komisch beim spiel ab 18 aber hey bei mir waren das auch kindheitserinnerung obwohl es eigentlich ein spiel ab 18 ist okay wir alle waren mal jung auf jeden fall ist es die set nummer c y r 73 und bei mir wie gesagt absolute kindheitserinnerung diese eine karte in call of duty auf die man sich meistens einigen konnte der kleine gemeinsame nenne auf dem aber die leute auch echt das spiel sehr sehr ernst genommen haben was dann doch manchmal nicht allzu viel spaß gemacht hat also für mich ist das so eine kleine hassliebe mit dieser map aber trotzdem freue ich mich schon sehr darauf diese hier von mega zu bauen dieses set ist aus 2015 und wie ihr schon wisst aus dem classic 200 euro convolut es ist einfach mal wieder an der zeit wieder ein set davon zu bauen und dieses bietet sich dafür sehr sehr gut an die gestaltung der verpackung finde ich schon mal sehr schön von vorn von oben haben wir natürlich noch mal die logos und eine der figuren abgebildet die seiten sind uninteressant aber auf der rückseite sehen wir noch einmal das set aus verschiedenen winkeln wir sehen auch ein paar accessoires die hier mit zu den figuren dabei sind mal schauen welche dann letztendlich wirklich enthalten sind wir sehen die ganzen nebensachen die wir auch mit bauen wir sehen die modepuppen die sehr sehr wichtig für diese maps sind wir sehen nennen wir es einmal eine spielfunktion obwohl ich nicht glaube dass dieses set groß zum spielen geeignet ist und sind wir ehrlich das ist auch nichts was in dem spiel passiert ist und es sind einfach nur ein paar coole aufnahmen mit den actionfiguren die ja hier drin sind und nicht viel mit den minifiguren von anderen herstellern zu tun haben gemacht worden aber lasst uns noch die anleitung und die steine angucken um gar nicht mehr zeit zu verlieren und hier haben wir auch schon die anleitungen ja zwei anleitungen gibt es nicht nur bei lego die sind in schwarz weiß gehalten finde ich ist eine interessante design entscheidung wir haben diese ich nenne es mal im kalender format dass wir sie nach oben aufklappen und sie sind geklebt wie wir das von mega kennen wird hier nichts ausgegraut sondern alles weiterhin voll farbe dargestellt und es wird mit roten farb codierungen in der anleitung gezeigt wo der stein genau hin muss danach lässt es sich sehr sehr gut bauen meiner meinung nach ganz vorn haben wir auch noch mal eine teile liste haltet euch das video hier gerne an wenn euch das näher interessieren sollte auf den ersten blick fällt aber auf wir haben hier auch bedruckte teile dabei eine sprengzeichnung der figuren haben wir auch noch mal wie sie zusammengebaut werden und eine angabe was genau an accessoires und figuren hier enthalten sein sollte anleitung nummer zwei ist natürlich genauso aufgebaut wie anleitung nummer eins und hier geht es direkt mit dem bau von dem haus los am anfang bauen wir die nebengegenstände und dann noch mal auf 23 seiten verteilt das haus damit wir am ende dieses set hier haben das schauen wir uns aber natürlich in echt an und dementsprechend ab zu den teilen und dann zum bau und hier seht ihr auch schon mal die steine aus beute dies in der packung gab wir haben natürlich diesen blau farbton der schon relativ besonders ist wir haben auch ein paar formen die man nicht so häufig sieht wie zum beispiel diese treppe und diese zwei mal vierer gitter fliesen dann haben wir auch sehr kleine filigrane teile dabei die wir dann am ende für den turm brauchen und wir haben aber auch noch speziellere teile und speziellere farben dabei dazu zählen diese schönen teile in marmor optik das ganze gibt es natürlich auch nur als plates genauso auch als fliesen also ich muss sagen das macht auf jeden fall was her das sieht sehr sehr gut aus dann gibt es diese optik natürlich noch als bricks und wir haben auch noch solche besonderen bricks die quasi beschädigt aussehen die sind mit abgerundeten ecken das ist ein ähnlicher effekt wie man ihn auch in der jetzigen kobe kirche findet und mit solchen beschädigten bricks in anführungszeichen kann man natürlich sehr sehr schön ruinen bauen wo wir bei nuke town auf jeden fall dabei sind ich fange jetzt auch anzubauen und wir sehen uns dann gleich nach den ersten wichtigen bauschritten wieder die erste anleitung haben wir schon hinter uns einmal mit dem klein zeug was hier dabei ist das schauen wir uns als erstes an und dann schauen wir uns gleich noch den uhrenturm an denn der wurde auch schon gebaut es geht also gut voran als erstes bauen wir das welcome to nuke town schild und dieses schild ist wirklich sehr sehr schick geworden ich mag ja die teil optik sehr und ich mag auch die bedruckten steine die dabei sind denn wir haben einmal diese einer fließe bedruckt diese fallout shelter fließe ist bedruckt und die 02 fließe ist bedruckt das ganze ist eine einfache konstruktion und dieses welcome to nuke town und das untere symbol dieser braunen ton das sind keine drucke aber auch keine sticker sondern da handelt es sich um pappen die pappen legt man dann dort rein die sind wirklich perfekt ausgeschnitten legen sich um eine noppe und werden dann mit den bedruckten fliesen befestigt ich finde das ist ein interessantes prinzip und vor allem wenn es so gut gelöst ist wie hier denn wir haben eine sehr qualitative pappe und die installation ist sehr einfach und selbsterklärend dann ist mir das ganze auch lieber als sticker denn diese pappe wird deutlich langlebiger sein und das ergebnis sieht sehr gut aus von mir gibt es also dafür einen daumen nach oben auch wenn natürlich endboss gewesen wäre wenn das auch bedruckt wäre unspektakulärer geht es dann weiter indem wir einfach nur diesen kleinen weißen zaun hier bauen da ist jetzt nichts besonderes dran auch diese stacheldrahtgebilde kennen wir aber wir haben hier schöne mega block steine noch mit den flakes drin das gefällt mir auch sehr gut und wir haben den kleinen briefkasten gebaut auch dieser mit zwei drucken und mit diesen flakesteinen ein kleines aber auch sehr schönes gebilde und auch auf diesem straßenschild haben wir noch mal zwei drucke auch sehr einfach aufgebaut sieht aber gut aus kompletiert werden dann diese beistellgegenstände so würde ich sie mal nennen noch vom ohrenturm den schauen wir uns jetzt aber aus einer leicht anderen perspektive an und da haben wir auch schon den ohrenturm das ganze war echt kein bauerlebnis denn ihr könnt euch vorstellen wie wiederholend und kleinteilig diese konstruktion hier ist dadurch wird es natürlich auch ein schönes ergebnis aber sonderlich spaß beim bau hat das nicht gemacht wer aber auf diesen bau hier steht der kann sich sicherlich auch vom dänischen hersteller den eiffelturm anschauen für den wird dieser bau dann wohl ein fest für mich fällt das eher unter zum glück ist der bau vorbei aber ergebnismäßig lohnt sich das denn die vorlage ist hier richtig gut abgebildet es ist auch ganz stabil geworden dafür dass es so kleinteilig ist und gerade die nuketown uhr mit ihren prints das sind alles prints und die zeiger finde ich wirklich sehr sehr gut getroffen also ich finde vom detailgrad der prints sieht man hier wurde sich auf jeden fall mühe gegeben so haben wir aber auch erst mal nur die kleinen sachen nebenher gesehen obwohl der ohrenturm sich auch sehen lassen kann aber das haupthaus haben wir noch gar nicht angefangen es wird zeit dass ich das mache dementsprechend wird jetzt die zweite anleitung ausgepackt und wir sehen uns dann gleich mit dem fertigen set wieder 15 bauschritte der zweiten anleitung später sehen wir uns doch noch einmal bevor das haus fertig gebaut ist obwohl haus hier wohl nicht ganz richtig sein wird denn es ist eher eine haus fassade kennen wir von einigen herstellern so und für ein display set ist das auch völlig in ordnung hat man natürlich den nachteil dass man es auch nur von einer seite drapieren kann ich finde aber dass das bisher schon für diese fassade richtig richtig gut aussieht ihr müsst noch mal bedenken das ganze ist aus 2015 und dafür ist die konstruktionsqualität und auch die steine qualität nach der zeit echt noch sehr gut und gerade solche beschädigten steine machen natürlich den look dieses sets noch einmal besser und diese unten gemauerte wand ist außerhalb von den mcfair lane sets die wir ja auch schon gebaut haben wirklich eine der schönsten mauermaserungen die ich bisher aus klemper stein gesehen habe weil sich hier eben wirklich die mühe gegeben wurde diese eigene steine form dafür zu entwickeln wenn wir das ganze von hinten dann anschauen bricht das konstrukt natürlich sehr sehr schnell zusammen was ich schon ein wenig schade finde denn natürlich gerade der innenraum dieser häuser waren newtown immer super super wichtig dort waren ja zum beispiel auch bei herrschaft zwei von den drei punkten drin die zu erobern waren und das hätte mich gefreut wenn das noch ein wenig mehr angedeutet gewesen wäre dann wären es natürlich aber auch mehr teile gewesen viel mehr teile und es wäre am ende noch teurer geworden aber das wäre so ein wenig mein traum gewesen dass dann dieses eine haus wirklich auch in noch ein wenig angedeutet gewesen wäre fertig ist damit unsere mega häuser fassade mit zubehör aus der cod reihe das set newtown ich habe mich richtig gefreut als ich dieses set im konvolut gefunden habe und umso mehr freue ich mich dass ich jetzt bauen konnte und auch echt alles dabei war und weil ich mich so gefreut habe war der bau auch sehr sehr schnell vorbei was natürlich einerseits daran liegt dass die zeit sowieso schneller vergeht wenn man gerade einen guten tag hat als wenn man etwas macht was einem nicht so gefällt aber dieses set ist auch noch sehr sehr old school von den bautechniken hier ist nichts super interessantes drin man stapelt wirklich die ganze zeit bricks hier ist keine spannende bau richtungsumkehr oder irgendetwas anderes was einen überraschen würde das hier ist wirklich von den bautechniken super altbacken das gilt aber meiner meinung nach nur für die bautechniken ich finde auf jeden fall dass die steine richtig richtig gut gealtert sind sie haben sich sehr gut verbauen lassen die klemmkraft ist immer noch da und es hat spaß gemacht damit zu bauen wir haben natürlich im blauton sowie im weiß ton einige farbabweichungen es ist noch in ordnung es ergibt ein stimmiges bild und es ist ja sowieso eine ruine die dort dargestellt wird wie die steine natürlich beim neuen set waren ich kann es nicht beurteilen ich gehe aber davon aus gerade im weiß ton haben viele hersteller ihre probleme und auch in diesem hellblauton dass die farbabweichungen wahrscheinlich auch schon vorher da waren es war natürlich sehr repetitiv an einigen stellen man hat sehr oft dasselbe gebaut und trotzdem ist es nicht langweilig geworden aber gerade bei den fenstern die ich jetzt sehr streng nach anleitung gebaut habe hätte ich es etwas anders gemacht man kann es auch leicht umbauen doch so wie es in der anleitung steht ist das linke fenster genauso wie das rechte fenster gebaut einziger unterschied dass hier die ecken umgedreht sind ich hätte es schöner gefunden wenn das noch ein wenig variabler gewesen wäre eben nicht immer dieser rhythmus von links und rechts auf der höhe ist diese zack sondern etwas verschoben das hätte man wie gesagt leicht umbauen können ich habe es jetzt so wie in der anleitung gemacht werde es aber für mich noch einmal ändern ihr seht schon auch durch die fenster hier das ist wirklich eine fassade dahinter ist gar nichts und auch wenn ich hier mal das dach abnehmen sieht man das ist wirklich einfach nur eine brick breite an wand und dann ist schluss und selbst an den sehr spärlich eingesetzten platten dieses sets wurde keine deku mehr an irgendeiner art und weise befestigt und man muss sagen von hinten ist das set nicht schön da hätte man noch mehr rausholen können da haben wir vorhin schon drüber gesprochen generell fällt auch bei diesem set auf dass wir hier auch keine grundplatte haben und das ist für mich schon ein kleines problem denn dadurch dass wir keine grundplatte haben bekommen wir auch wenig stabilität in dieses set es ist natürlich eine display fassade und kein spiel set aber mega hätte sich gut getan da einfach eine grundplatte drunter zu setzen dann wäre auch das bauerlebnis noch mal etwas angenehmer gewesen und man müsste sich beim hochheben nicht gedanken machen ob irgendetwas abfällt aber wie gesagt das set hat mir auch so schon im bau gut gefallen die die highlights dieses sets sind aber nicht die steine oder die bautechniken sondern eindeutig die schönen drucke die besonderen steine die wir dabei haben ich finde auch dieses schild ist ein highlight weil ich diese sache mit den pappen sehr sehr gut gelungen finde und vor allem mega ist für seine figuren bekannt und das ist auch hier wieder der fall wir haben hier bei den soldaten action figuren die schauen wir uns gleich noch näher an und wir haben die für nuketown super super wichtigen modepuppen ich finde die haben sie sehr gut getroffen hier haben wir keine beweglichen arme aber die kann man sich super mit hinstellen auch wenn man für die keine art der befestigung or plate hat weil ja weil wir auch keine grundplatte haben auch direkt vor dem haus keine noppen mehr sind und dann schaut euch doch mal diese figuren hier an hier der sniper meiner meinung nach ein elender camper so wie das schon da steht aber die sind richtig richtig gut gelungen sehr detailreich und das natürlich noch mal eine andere welt als andere klemmbaustein figuren und man könnte die figuren auch richtig bespielen denn wir haben bewegliche armgelenke bewegliche schultergelenke der kopf ist natürlich drehbar der oberkörper an sich ist drehbar die beine sind recht frei einstellbar wir haben auch eine hüfte und man kann diese auch auf noppen dasselbe gilt auch für diesen kollegen hier auch wie ich finde wirklich eine hammer figur da ist mega einfach auf einen anderen level als andere hersteller sie verfolgen natürlich auch grundsätzlich dort einen sehr eigenen ansatz aber da wir hier ja vor allem über ein display set reden sind solche figuren natürlich sehr sehr cool man muss natürlich trotzdem so ehrlich sein auch wenn ich hier viele positive punkte habe ist das hier kein weltklasse oder spitzen set wir müssen dabei natürlich sehen es ist ein set aus 2015 aber die bautechniken sind selbst für 2015 relativ alt und auch das was man hier geliefert bekommt am ende wirkt natürlich als fassade und display set gut aber mehr kann man damit nicht machen und wir haben hier natürlich ein nischenthema auch wenn sehr viele leute call of duty gespielt haben in irgendeiner art und weise wird wird nicht jeder sich dieses set unbedingt hinstellen wollen spaß hatte ich aus den nostalgie gesichtspunkten aber trotzdem so ein set zu bauen ist einfach etwas ganz anderes als heutiges set egal von welchem hersteller und das hat sehr viel spaß gemacht 120 euro neu für dieses set was jetzt auf dem markt verlangt wird werde ich natürlich trotzdem nicht bezahlen und ganz ehrlich auch 80 euro würde ich für dieses set nicht bezahlen was einige leute gebraucht dafür wollen wenn man es aber mal für 30 40 euro vielleicht sieht und halt vielleicht ein teil mal fehlt dann kann ich aber nur empfehlen dass man dieses set mal ausprobiert denn ich hatte sehr sehr viel spaß damit und ich gehe auch davon aus dass ihr damit spaß haben werdet es ist einfach eine andere erfahrung es ist etwas neues erkunden und es war eine spaßige erfahrung und bei mir hängen noch mal diese gewissen erinnerungen dran und aus diesen gesichtsgründen hat das set sehr viel spaß gemacht auch wenn es nüchtern betrachtet natürlich jetzt kein weltklasse set ist auch für den richtigen preis bekommt das auf jeden fall eine kaufempfehlung wenn ihr natürlich dieses set selber besitzt dann schreibt mir gerne eure meinung dazu in die kommentare und wenn euch das video gefallen hat lasst gerne einen daumen nach oben und ein daumen zukunft nichts mehr zu verpassen ich wünsche euch noch einen wunderschönen tag haut rein euer valleybrick